Zum zweiten Mal wurde in Erfurt das Sport- und Spielefest Schlag die Champions von Frau Christiane Bernuth von der Deutschen Soccerliga und dem Geschäftsführer der Jugendberufsförderung Erfurt, Hans-Joachim Bede, eröffnet. Ich begrüße euch, liebe Freunde. Ich will niemanden einzeln begrüßen. Mit den lieben Freunden meine ich unsere Jugendlichen aus der Jugendberufsförderung, ich meine unsere Mitarbeiter. Ich freue mich ganz besonders, dass auch als Erfurter Förderschulen Jugendliche hier sind. Und ich freue mich, dass selbst aus einer Förderschule aus Sondershausen Jugendliche hier sind, die mit uns den Tag, am heutigen Tag, verleben werden. Und ich freue mich vor allen Dingen bei euch, liebe Freunde. Das ging sehr komplikationslos, angerufen, wir machen wieder, jawohl, wir können es einrichten, wir machen mit. Ohne euch, ohne euch könnten wir so eine Geschichte nicht machen. Wir lesen das jeden Tag in der Zeitung, Inklusion wird viel drüber geredet. Viele wissen gar nicht so richtig, was das ist. Aber wer wissen will, was Inklusion bedeutet, der bräuchte bloß heute hierher zu kommen. Nämlich das gemeinsame Miteinander, das gemeinsame Miteinander Erlebnisse zu gestalten, ob das im beruflichen Alltag ist, ob das in der Freizeit ist. Und ich denke, wir geben dafür ein ganz, ganz tolles Beispiel am heutigen Tag. Euch nochmal ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr es auch in diesem Jahr wieder eingerichtet habt, bei Schlag die Champions dabei sein zu können. Und ich möchte es euch schon, es steht der Termin noch nicht fest, ich lade euch alle schon für 2016 ein. Dann wird es wieder geben, Schlag die Champions. In dem Sinne wünschen wir uns alle gemeinsam einen wunderschönen Tag. Das Wetter passt, auf geht's, Schlag die Champions 2015 ist eröffnet. Im Rahmen des Deutschen Reha-Tages 2015 wurde die besondere Sportveranstaltung für benachteiligte junge Menschen angeboten, bei der sie sich einmal ausprobieren und mit Sportgrößen wie Olympiasiegern, Weltmeistern, Deutschenmeistern und Champions League-Gewinnern messen konnten. Der zweimalige Biathlon-Olympiasieger Frank-Peter Rötsch gab den Jugendlichen dabei Tipps. Die berufliche Rehabilitationseinrichtung JBF legt nicht nur Wert auf die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten während der beruflichen Ausbildung, sondern möchte mit solchen Veranstaltungen die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen fördern. Die Deutsche Soccerliga unterstützt die Sportveranstaltung mit tatkräftiger Hilfe und versuchte beim Speed4 mit Champions League-Gewinner René Tretzschok die nötigen Punkte für die Champions zu gewinnen. Die Deutsche Soccerliga-Gewinner René Tretzschok Die Deutsche Soccerliga-Gewinner René Tretzschok Bob-Weltmeister Steffen Grumt war begeistert von dem gelebten Miteinander. Vor allem macht es Spaß mit den Jugendlichen hier gemeinsam dieses Gerät zu benutzen und die Jugendlichen anzufeuern. Das ist ein Riesenthema Inklusion. Aber nicht nur die Jugendlichen wagten sich auf ungewohntes Terrain. Auch die viermalige Goldmedaillengewinnerin Cornelia Grumt-Ender sowie die Fußballgrößen Dixi Dörner und Matthias Döschner betreuten Disziplinen, die sehr viel Geschick erforderten, aber nicht in den ausgeübten Sportarten lagen. Die aktuellen Paralympics-Teilnehmer Isabel Förder und Mario Oehmer erklärten, auf was es ankommt. Schlag die Champions 2015. Konnte dich schon einer schlagen, Isabel? Ja, einer. Konnte mich im Prinzip schlagen mit der gleichen Punktzahl, die ich erreicht habe. Was sind so die nächsten Wettkämpfe bei dir? Die WM in Doha in Katar Ende Oktober, Anfang November. Zumindest bin ich dafür erstmal nominiert und wir gucken mal. Zum Stand her, das ist genauso wie beim Bogenschießen auch. Ich muss eine bestimmte Standposition einnehmen und immer den gleichen Bewegungsablauf machen, wie beim Bogenschießen genauso. Also passt das schon. Beim Bogenschießen habe ich angefangen, seitdem ich im Rollstuhl sitze und mache das jetzt schon seit über 20 Jahren. Ich habe halt einen Sprung gleich geschafft. Ich habe 93 angefangen und am Ende 93 war ich in der Nationalmannschaft. Jetzt habe ich bis jetzt an drei Paralympics teilgenommen, zweimal Gold geholt. Ausdauer, Wissen und Technik sind Grundlagen. Aber auch die selbstgesteckten Ziele zu erreichen, ist wichtig. Ja, wir sind schon mal geschlagen worden. Da war ein junger Herr, der hat uns richtig hier mit 44 Punkten, war wirklich sehr gut. Was habt ihr vorgelegt? 42, ne? Ja, 42. So, der hat das richtig gut gemacht. Ja. Ja. Aber das ist echt wahnsinnig, was sie hier alles gemacht haben, organisiert haben. Das finde ich echt richtig toll. Wann ist euer nächstes Spiel? Jetzt am Sonntag ist unser erstes wichtiges Spiel. Wir spielen Supercup. Also, die Vorbereitung ist jetzt dann zu Ende und am Sonntag geht es richtig los. Nach 20 Sportstationen, vom Rennrodel mit Silke Krauser-Pielach bis hin zu einer Reaktionswand mit den Spielerinnen des Thüringer HC, Danik Snelder und Lotte Prack, lagen die Jugendlichen mit 17 Punkten sogar vor den Champions. Doch gewonnen haben alle. Mit einer Goldmedaille und einem Fußball der Deutschen Soccerliga wurden alle Teilnehmer ausgezeichnet. Sondern, dass es einfach ganz viel persönliches Herzblut dahinter steckt. Und, liebe Herr Beder, vor allem Ihr Herzblut. Das ist hier überall verstreut. Und ohne Sie würden wir heute so nicht hier stehen. Vielen, vielen Dank. Spitzensportler hautnah zu erleben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sich mit ihnen zu messen, war für alle Jugendlichen der JBF Erfurt sowie den eingeladenen Förderschülern ein einzigartiger und erlebnisreicher Tag. Ich bedanke mich bei allen. Ich bedanke mich wirklich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass wir alle gemeinsam hier so einen tollen Tag erleben konnten. Ich bedanke mich an erster Stelle bei unserem Partner bei der Deutschen Soccerliga, mit denen wir seit vielen, vielen, vielen Jahren ganz, ganz tolle Projekte gemeinsam machen, wo wir mit unseren Jugendlichen sehr sehr aktiv sind und wo umgedreht ist wieder die Förse Soccerliga, mit den Dingen, die wir vorbereiten, aktiv ist. Das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Beispiel gelebter Kooperation. Das ist eine Frau Bernhard, der Präsidentin, ein riesengroßes Dankeschön. Und René an sich, einen Vizepräsidenten. Und ich bedanke mich auch bei unseren Mitarbeitern, die im Vorfeld der heutigen Veranstaltung richtig Tolles, viel, viel Tolles geleistet haben. Gerade der Termin ist nicht der allergünstigste. Wir haben die Prüfung gehabt mit den Absolventen. Die neuen Auszubildenden sind gekommen, aber ich habe nicht einen erlebt, der gesagt hat, wir sind überlastet, wir sind mit irgendwas, kommen wir nicht zurecht. Alle haben sich daran beteiligt, viele unserer Jugendlichen Module gebaut, alles war dann Beschilderung, ich hatte das schon gesagt. Und ich glaube auch das, was unsere Mitarbeiter, unsere Jugendlichen geleistet haben, ist nochmal einen ganz, ganz großen Applaus wert. Und ich bedanke mich nicht zuletzt bei unseren Champions, die hier auf der Bühne stehen. Wir hatten das ja schon gesagt, wir planen das auch 2016 wieder. Und ich habe eigentlich alle schon eingeladen und alle haben gesagt, ob wir wiederkommen, wissen wir nicht. Das hängt von dem abschließenden Applaus jetzt ab. Ihr habt es also jetzt auf deiner Hand, unsere Champions wieder für nächstes Jahr einzuladen. Ich bedanke mich jetzt stellvertretend für alle Teilnehmer des heutigen Tages, für alle, die bei Schlagte Champions 2015 teilgenommen haben, diesen Pokal überreichen und diesen Pokal werden wir in unsere Fristrine wieder stellen, die ihr ja kennt. Ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Einen wunderschönen Tag noch. Applaus Einen wunderschönen Tag noch.